hallo und willkommen zum neuen jahr 2022 ich wünsche dir alles gute also willkommen im neuen jahr und willkommen in diesem jahr des übergangs zu einer neuen form sich zu beziehen zu sich selbst zu anderen zu der welt und zu spirit gibt es noch irgendwas ich weiß nicht ich habe natürlich auch für dieses neue jahr ein paar karten gezogen und es ist natürlich immer so ein bisschen so eine sache über ein jahr eine karten zu ziehen und dann noch für ein kollektiv aber ich finde dass die karten ganz gut widerspiegeln was auch so in der astrologie als thema oder hauptthema da ist und wir haben hier turandot moon nao jago und sacred garden diese karten zeigen schon als grundklang dieses jahres dass es um emotionale wallungen geht um emotionale wellen geht um ja viel up and down und viel bewegung viel erschütterung im positiven wie halt auch im negativen also sowohl beglückend wie auch herausfordernd und ich würde sagen dass die karten ähnlich wie auch die astrologie sagt wenn wir zu sehr fixiert darauf sind dass die lösung oder die erlösung oder die erfüllung unserer wünsche von außen kommt von anderen kommt dann wird es ein jahr wo wir viel in wut sind wo wir viel enttäuscht sind und wo wir unter umständen sogar betrogen werden oder eben andere auch betrügen also jago ist so eine karte wo es um betrug geht also wo wir versuchen mit unlauteren mitteln dinge zu erreichen oder eben wo wir auf sehr unschöne art betrogen werden aber der beste schutz davor vor diesem betrug vor diesem verrat von anderen ist wenn wir nicht so sehr abhängig sind oder in einer erwartungshaltung den anderen gegenüber sind wenn wir mehr und das ist jetzt schon auch in den anderen videos das thema gewesen mehr ins jetzt kommen sacred garden ist eine karte die vor allen dingen sich darauf bezieht zu sagen ich möchte in bezug zu mir selbst kommen ich weiß dass in mir ein heiligtum wohnt und dieses heiligtum mich nähert und dass ich in dieses heiligtum am besten komme wenn ich im jetzt bin die karte nao ist in meinem karten set auch verbunden mit samadhi also diesem zustand von bliss von innerem leuchten ich würde nicht sagen erleuchtung aber ich würde sagen innerem leuchten diesem inneren leuchten wenn man wirklich zu sich nach hause gekommen ist und es ist angeraten eben durch atemtechniken durch spaziergänge in der natur durch kreativität wir werden später auch sind in der astrologie das neptun sehr dominant ist in diesem jahr und alle neptunischen themen haben natürlich auch unter umständen mit täuschung zu tun aber im positiven auch mit kreativität mit verbindung mit unserer seele und ja mit mit einem mit einem sich wirklich eins fühlen mit allem was ist und sich auch genährt fühlen durch diesen durch dieses ein sein und dass dieses ein sein erlebt werden kann im jetzt also ich würde sagen es ist wirklich der rat der karten gehen nicht so sehr in die erwartung sondern gehe mehr in das erleben des jetzt und in diesem erleben des jetzt darin liegt ganz viel reichtum darin liegt ganz viel magie und ich habe auch noch zwei zusatzkarten gezogen karen und das ist grace und das ist wieder eine bestätigung ja es ist ein jahr des übergangs wir verlassen alte strukturen die nicht mehr stimmen wir verlassen vielleicht sogar alte verbindung oder alte arten sich zu beziehen in sich selbst wie auch mit anderen wir haben die möglichkeit ganz viel gnade zu erfahren wir werden auch gleich sehen in astrologie dass es ein ganz ganz tollen transit gibt im frühjahr wo man wirklich sagen kann das ist kosmische gnade fast schon aber also dass wir am meisten bereit dafür sind am meisten davon zu haben von dieser kosmischen gnade wenn wir wirklich in den moment kommen und wenn wir nicht so sehr in einer erwartungsstarre sind jetzt muss ganz viel tolles von außen kommen sondern zu sagen indem ich leuchte und indem ich licht in die welt bringe passiert etwas auch mit meinem leben und ich tue das aber auch nicht indem ich mich unter druck setze und sage jetzt muss ich aber so und so sein sondern indem ich wirklich in den moment komme und in also diesen bliss raum gebe diesen bliss der auch in der karte sacred garden ist diesem bliss der in mir wohnt diese heilige tempel dieser heilige bereich meiner seele und dass wir indem wir in diesen heiligen bereich unserer seele eintreten wir uns neuen ufern öffnen und auch einer magie also die karte grace hat auch damit zu tun dass unsere liebe erwidert wird im leben und dass das aber immer eine gnade ist und nicht etwas ist was wir erwarten können aber dass andererseits wir alle diese gnade verdient haben und dass es aber am besten ist wenn wir eben heraustreten aus einer erwartungshaltung die oft aus einem verwundet sein kommt und wenn man auch in die astrologie guckt dann ist es sehr interessant dass eben der nordknoten zusammen mit seris auf dem fixen stern algol ist und algol also in auch in der arabischen astrologie wird er als dämonenstern bezeichnet und in vielen astrologischen büchern ist er eben in verbindung mit medusa und medusa ist ja die schlangenhäuptige die schreckliche die am ende und das ist finde ich auch etwas sehr faszinierendes an medusa dass medusa eigentlich ein opfer ist sie ist ein opfer von neptun sie ist ein opfer von seiner lust an ihr und wird eigentlich von athena zu einem monster gemacht obwohl sie ein opfer ist und da ist eine unglaubliche wut in ihr und ein zorn nach vergeltung nach all diesem unrecht was ihr angetan wurde sprich und wenn damit der nordknoten ist und seris dann würde ich sagen wenn wir in dieser haltung sind und wir alle es gibt vielleicht in jedem von uns einen bereich wo wir das gefühl haben dass uns so viel unrecht angetan wurde aber wenn wir darin festhalten dann werden wir wahrscheinlich ganz viel verluste erleiden davon spricht die astrologie und davon sprechen eben auch die karten mit jago dass wir dann vielleicht noch mehr verluste erleiden es ist wirklich angeraten nicht in diese erwartungshaltung ins außen zu gehen und nicht in einen zorn von was andere mir hätten geben müssen oder was andere mir angetan haben egal ob andere einem etwas angetan haben oder nicht vergeltung ist etwas was was eine spirale nach unten ist und uns immer noch weiter in einen in einen strudel von dunkelheit führt und wo wir letzten endes uns selbst anketten an dunkle kräfte und wo wir wo wir dadurch uns selbst anketten an einen weiteren zyklus von leiden und das ist irgendwo immer der fall aber in diesem horoskop spricht es eben davon dass das ein großes thema ist trete zurück versuche nicht dich von den inneren verletzten teilen treiben zu lassen sondern gehe in die verantwortung gehe in die herzensgüte gehe in dein inneres heiliges reich und handel aus diesem heiligen reich und vertraue auf die magie und die antworten des moments und dass in diesem moment jetzt alle antworten da sind die du in dem moment brauchst und dass dieses jahr kein jahr ist wo man so ewig weit in die zukunft planen sollte also mit jupiter neptun wobei wir gleich sprechen werden im früher kann so eine tendenz sein jetzt ist alles ein wunder und 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 alles ist jetzt anders und dass das oft eine gefahr ist dass man dann enttäuscht wird weil man zu viele verknüpfungen gemacht hat die überhaupt nicht da sind und die auch gar nicht da sein müssen sondern zu sagen ich vertraue darauf dass in der magie des moments die antworten sind die ich brauche um weiter zu kommen um glück zu erfahren um heilung zu erfahren und um in eine neue beziehung zu treten mit mir wie mit anderen also wir haben ja gleich am 2 januar einen neumond im steinburg deswegen werde ich dafür jetzt nicht ein extra video machen weil einfach das ein tag später ist und außer dem mond stand ändert sich da nicht viel aber der mond stand ist eben zusammen mit der sonne im steinbock mit all diesen diesem stellium von planeten mit venus mit pluto mit dem astroiden union also es und union hat ja auch mit beziehung zu tun juno hat mit beziehung zu tun es ist wirklich ein ja wie sagt man es ist wie als würde sich alles auf das thema beziehung zusammenziehen und sagen dieses dieses jahr geht es darum sich neu zu beziehen jetzt haben wir auch noch in der nummer nummerologie ein sechser jahr also 20 22 ist ein sechser jahr 6 ist in der nummerologie the lovers lovers ist natürlich eine karte des beziehens ist aber auch eine karte des sich entscheidens also es ist also sich zu verbinden ist eine innere entscheidung und ist ein innerer entschluss zu sagen ich will mit dir gehen und es geht auch um diese inneren entscheidungen zu sagen ich bin bereit mich neu zu beziehen ich weiß nicht wann die neue liebe kommt oder wie sich unsere jetzige verbindung verbessert oder was auf mich wartet aber ich weiß dass indem ich mich neu entschließe bewegt sich etwas in diesem ganzen feld und es geht darum sich neu zu entschließen und in dem horoskop was ich für silvester gemacht habe ist der mond mit mars im quinkangs zu uranus also das heißt es ist auch in dem horoskop für dieses jahr dass ja wir ganz schön in aufruhr sind dass unerwartete dinge passieren dass auch dinge passieren mit denen wir nicht rechnen quinkangs heißt auch immer dass es uns wirklich sehr unerwartet trifft und dass wir wieder deswegen angeraten sind in diesen inneren tempel von dem ich eben gesprochen habe zu treten und aus diesem frieden des jetzt zu handeln und immer wieder in diesen frieden zurückzukommen egal ob wir im nächsten moment wiederum geschleudert werden wieder in diesen frieden zurückkommt rumgeschleudert wieder in diesen frieden zurückzukommen also ich werde das habe ich jetzt auch schon öfter aber ich werde noch mal ein video von tik natan hier verlinken der eben mit dieser atemtechnik sagt komm zurück in den moment briesen und lass alles andere gehen und vertraue darauf dass aus diesem zu dir kommen und in den moment kommen die lösungen da sind die antworten da sind und auch die richtigen gefühle da sind denn manchmal glauben wir etwas zu fühlen weil wir eben herumgeworfen werden weil vielleicht die alte meduse um die ecke winkt in uns die verletzt ist und die sagt ich will rache ich will vergeltung und dass das aber nicht unbedingt dass es wie wir eigentlich handeln möchten und dass in dem moment der größte schatz ist um neu in verbindung zu treten und dass wir mit diesem entschluss wirklich auch sehr viel freude erleben können in verbindung denn dieser mond ist auch im trigon zu kairon und das heißt für mich und mars ist auch in trigon zu kairon also wir können heilung erfahren in dem ganzen vielleicht vielleicht sogar auch in unserer sexualität in unserer art wie wir handeln das männliche kann heilen auch also das weibliche venus ist ja immer noch rückläufig ist gerade in einem großen transformationsprozess und mit pluto geht es da auch wirklich um neue strukturen auch von weiblichkeit aber wenn nur sich eben auch von was sind meine werte und wie beziehe ich mich und mit juno und junien ist es wirklich auch ein wie beziehe ich mich und dieser astroid syrano de bergerac spricht davon naja wenn ich glaube dass ich lügen erzählen muss oder dass ich nur geliebt dann geliebt werde wenn ich etwas darstelle was ich gar nicht bin oder indem ich sogar so weit gehe wie er so tue also wäre ich jemand anders dann wird all das nur in noch mehr leid enden und das ist wieder auch auf dieses thema was ich schon mit den karten angesprochen habe dann wird es in weiterem leid und in weiterem betrug enden was ganz schön ist ist saturn im sextil zum mond ist in diesem silvester chart also dass es auch kräfte gibt die uns stabilisieren und dass venus in einem quintal zu chiron ist also dass es um neue wege geht venus ist auch in einem semi quadrat zu jupiter also das heißt dass es ja dass es nicht darum geht sofort und das meinte ich auch vorhin mit diesem großen planen sofort die nächsten zehn schritte zu planen und dass es besser ist zu sagen lieber gehe ich in diesem jahr zwei schritte die wirklich real sind als zehn schritte die nur illusionen sind die auf nichts begründet sind dann falle ich spätestens wenn mars im herbst rückläufig geht ziemlich auf den hosenboden weil letzten endes all das was ich mir gedacht habe was ich alles so unbedingt haben so sich dann nicht erfüllt maß ist dann nämlich auch im quadrat zu neptun und ja das ist dann alles so ein bisschen schwierig ja was noch interessant ist ist dass und das spricht ja weiter für dieses beziehungsthema dass am valentinstag venus und mars in konjunktion sind also wir haben ja ende januar noch ein ziemlich herausfordernden vollmond im krebs der auch wieder um diese beziehungsthemen geht aber wo es eher um schatten arbeit geht und ich würde sagen diese konjunktion am valentinstintag ist wirklich wunderschön und auch sehr symbolisch dass es eben in diesem jahr um das thema große thema geht wie trete ich tief in verbindung mit dem leben mit mir selbst und mit anderen wunderschön liebe einheit im wassermann ist es natürlich kann es auch freundschaft sein also es ist ganz viel ja verbindung aber im quadrat zu uranus keine erwartung freiheit nicht schon wieder alles fest ziehen und dann am 11 12 april ist eben jupiter in den fischen zusammen mit neptun irgendwann kommt dann auch venus hinzu also das ist wirklich ganz viel himmlische gnade jetzt leuten die glocken ja ganz viel himmlische gnade ganz viel dass ich wir so würde sich der himmel öffnen und es eine möglichkeit geben dass wir uns kollektiv auf eine neue art auch mit anderen ebenen beziehen und verbinden und da eine verbindung schaffen aus der wir uns noch mal neu auch in dieser welt mit anderen beziehen können also ich glaube um 1856 gab es diesen transit schon mal sprich es ist jetzt nicht etwas was noch nie passiert ist und nie mehr passieren wird aber es ist trotzdem ein sehr besonderer transit es ist eine gelegenheit sich mit höheren dimensionen zu verbinden und damit unsere beziehungen mit noch mehr liebe und noch mehr wahrhaftigkeit und ja himmlischem segen zu erfüllen und dass es diesen himmlischen segen tatsächlich auch auf der erde geben kann und dass wir für andere wie für uns selbst auch himmlischen segen erzeugen können und es ist eine zeit wo es eine gelegenheit sein kann dass wir uns als teil des göttlichen erfahren und dass dieses sich als teil des göttlichen erfahren nicht nur irgendein konstrukt ist sondern dass wir die möglichkeit haben das wirklich zu erleben und uns dadurch für immer zu verändern und für immer ein vielleicht sogar neues mensch sein daraus zu kreieren das wäre jetzt das top ding und wie gesagt es geht nicht um erwartung dass es etwas was daraus entstehen kann aber der beste boden dafür dass es so entsteht ist dass wir nur im moment sind und nur in dem moment atmen und geschehen lassen also teil dieses flusses werden wo wir natürlich auch handeln aber wo wir handeln aus impulsen die kommen weil wir teil von einem größeren ganzen sind und dass das aber eine option ist für uns alle ja dann gibt es natürlich wieder drei rückläufige merkurs vom 15 januar bis zum vierten februar ist der erste rückläufige merkel zyklus vom 11 mai bis zum vierten juni der zweite und vom 10 september bis zum dritten oktober der dritte und dann das große ereignis zusätzlich ist mars rückläufig ab dem einunddreißigsten zehnten also ab halloween geht mars rückläufig bis ins nächste jahr und das tut er bei 25 grad zwilling und deswegen habe ich gesagt wenn wir zu sehr in erwartungen sind dann kann es sein dass in dieser zeit wieder die enttäuschung dessen kommen weil zu der zeit mars im quadrat zu neptun ist also das ist wirklich etwas wo wir zurückrudern sollten in dem wie wir geglaubt haben was wir alles an interpretationen von von dem was ich eben gesprochen habe göttlichkeit ist oder von wie möchte ich mich beziehen oder wie erfülle ich mir meine wünsche dass zu viele interpretationen uns enttäuschungen bringen und dass das eine zeit ist des realitäts checks wo wir vielleicht ja noch mal daran erinnert werden dass es um den moment geht und dass die größte intimität die größte freude die größte gottes erfahrung oder lebendigkeit im moment sind und nicht in unseren interpretationen mars im zwilling hat ja auch viel mit kopf kino zu tun und dass das auch eine zeit ist wo wir uns wieder enttäuscht fühlen aber manchmal vielleicht dann auch zu enttäuscht uns fühlen obwohl es vielleicht so schlimm gar nicht ist also da muss man natürlich sehr vorsichtig sein aber ich denke da auch ein bisschen an die pandemie also ich könnte mir vorstellen das weiß man alles nicht aber theoretisch kann es sein dass mit dieser ganzen jupiter im fisch es eine veränderung auch mit dieser ganzen lage gibt auch gerade wenn dann eben jupiter neptun venus also dass sich da irgendwas öffnet dass vielleicht sogar irgendwelche neuen heilmethoden heilmittel aber das ja jetzt schon das ist ja schon seit ende dezember ist dass jupiter in die fische gegangen ist und seitdem gibt es zum spiel gute nachrichten aus südafrika dass dort die zahlen schon wieder runtergehen also es ist glaube ich eigentlich etwas gutes ein neuer zyklus der damit angestoßen ist wir sind noch nicht durch und es kann sein dass wir ihn eben im winter von 20 22 wieder so denken und nein jetzt wird schon wieder so schlimm aber dass das auch dann ein bisschen zu negatives denken ist also sprich die illusionen können ja manchmal auch zu negatives denken sein was so schlimm gar nicht ist ich glaube dass wir was ich auch in den karten gesehen habe mit karen auch in bezug auf die pandemie in einem übergang sind wir sind gesellschaftlich in einem übergang in amerika ist der große pluto return da weiß man nicht was passiert unter umständen auch mit den finanzmärkten das muss man wirklich abwarten was da noch kommt also das könnte auch sein dass es da ende januar februar unter umständen wirklich noch mal eine große krise gibt das wird man sehen und dass wir natürlich immer noch abgeschwächt aber in dieser saturn uranus spannung sind zwischen wassermann und stier und das heißt ja auch immer so ein bisschen gesellschaftliche unruhe und dadurch dass in diesem silvester horoskop eben series mit dem nordknoten auf algol ist würde ich sagen also es kann unter umständen ein paar menschen geben die wirklich übelst ausrasten weil sie sich eben wie medusa als opfer fühlen und vielleicht auch an manchen punkten opfer waren aber in dieser vergeltung sucht schwere schwere Verluste erleiden. Und was auch sein kann, ist, Jupiter in den Fischen hat manchmal mit Flut zu tun. Auch das ist interessant, also nicht nur das eben mit Südafrika, sondern auch, dass es jetzt große Überschwemmungen in Brasilien gibt. Und das letztes Jahr, wo Jupiter kurz in den Fischen war, es die Überschwemmungen in Deutschland gab. Das heißt deswegen nicht im Rückkehrschluss, dass immer wenn es Überschwemmungen gibt, Jupiter in den Fischen sein muss. Das ist ja dann oft, wenn Kritiker von der Astrologie sagen, das ist doch alles Bullshit, weil es ist doch gar nicht immer so. Es geht um eine symbolische Sprache und dass Spirit auf sehr verschiedenen Ebenen zu uns spricht und dass die Astrologie eine davon ist. Die andere sind die Karten. Die nächste ist, dass man wie früher bei den Natives den Namen von jemand gefunden hat, weil gerade, keine Ahnung, ein Reh am Zelt vorbeigehüpft ist und man deswegen das Mädchentanzendes Reh genannt hat. Und dass man geglaubt hat, dass das dann auch in Verbindung steht mit dem Menschen. Und so hat man eben auch oder glaubt man, dass auch bestimmte Planetenkonstellationen mit bestimmten Sachen in Verbindung stehen. Und Jupiter in den Fischen hat schon damit zu tun, dass es wahrscheinlich vermehrt zu Überschwemmungen kommt. Und dann wird ja der Nordknoten auch noch immer näher im Stier Richtung Uranus rücken. Also es kann auch sein, dass es zu Erdbeben kommt. Also ich würde sagen, es wird viel Bewegungen geben auf der Erde in Richtung, ja hoffentlich nicht Naturkatastrophen, aber Ereignissen in der Natur. Also dass es sehr viel Regen wird, sehr plötzlich sehr viel, dass vielleicht manche Flüsse übertreten, dass manche Vulkane ausbrechen und so. Aber dass es nicht nur wir Menschen in einem Übergang sind, sondern eben auch die Erde rumpelt. Und dass das natürlich vor allen Dingen auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Aber das ist eine allgemeine, wir leben gerade in einer Zeit von einer großen Bewegung. Und wie also würde sich etwas neu justieren. Und dieses Jahr 2022 ist eine Neujustierung in unseren Beziehungen und in der Art, wie wir uns beziehen. Und das Beste, was wir tun können, damit wir glücklich sind und damit wir Glück geben, ist in diese Verbindung ins Jetzt zu kommen. Und aus diesem heiligen Raum des Jetzt wirklich auch nicht nur eben atmen, dass ich wieder in Ruhe komme und dass ich aus dieser Ruhe entscheide, sondern versuchen, noch einen Schritt hinter diese Ruhe zu treten. Denn hinter dieser Ruhe ist Frieden. Es gibt diesen Raum hinter der Ruhe und das ist der heilige Garten unserer Seele im Herzen. Und das ist dieser innere Frieden. Und in diesem inneren Frieden wohnt die Liebe. Wenn wir es schaffen, in diesen inneren Frieden zu treten, dann schaffen wir es, in Liebe mit anderen umzugehen, in Liebe mit uns selbst umzugehen und in Liebe in Verbindung mit höheren Kräften zu treten. Jupiter, Neptun, Venus, also wirklich in Liebe und in Aufmerksamkeit in dieser Verbindung sein und aus diesem Sein eine neue Wirklichkeit erschaffen. Ich wünsche dir, dass es ein wundervolles Jahr für dich wird, dass du ganz viel Freude vor allen Dingen in deinen intimsten Beziehungen erlebst und dass ganz viel Segen auf dich herabregnet und in dir und aus dir heraus in der Welt verströmt. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017